Sieben Zwerge schießt auf den Bergen, tanzt das Schneewittchen, denn es ist aufgemacht. Sieben Pärchen verstehen das Märchen, das junge Leute heute glücklich macht. Das ist der Sieben Zwerge-Twist, der noch nicht hinterm Berge ist, von Sieben Zwergen komponiert, vom Däumling dirigiert. Wenn die Musik am Berge ist, tanzt man den Sieben Zwerge-Twist und manche süße, kleine Fee verliebt sich peu a peu. Sieben Zwerge schießt auf den Bergen, tanzt das Schneewittchen, denn es ist aufgemacht. Sieben Pärchen verstehen das Märchen, das junge Leute heute glücklich macht. Sieben Zwerge schießt auf den Bergen, tanzt das Schneewittchen, denn es ist aufgemacht. Sieben Pärchen verstehen das Märchen, das junge Leute heute glücklich macht. Heute glücklich macht. Heute glücklich macht. Heute glücklich macht. Hier glücklich macht. Hier glücklich macht. Untertitelung des ZDF, 2020